Ein Jahr Corona, ein linker Ansatz zur Krisenstrategie. Klassenbildung, der Podcast. Hi und willkommen zurück. Für alle, die mich schon kennen, für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Sarah vom Kollektiv Klassenbildung und ich will heute mit euch über linke Krisenstrategie sprechen. Vor etwas mehr als einem Jahr, Mitte März 2020, hat die Bundesregierung zum allerersten Mal einen gesamtdeutschen Lockdown verhängt. Etwas, das wir alle in unserem Leben noch nicht erlebt haben. Seitdem wird unser Leben hauptsächlich durch die Pandemie, die Wirtschaftskrise und das damit einhergehende Krisenmanagement bestimmt. Ein Leben, das wir uns so vielleicht vor eineinhalb Jahren noch nicht hätten denken können, beziehungsweise was wir uns so bestimmt nicht hätten denken können vor eineinhalb bis zwei Jahren. Seitdem haben viele von uns Angehörige verloren, manch einer ist arbeitslos geworden oder wir fühlen uns, als würde uns die Decke auf den Kopf krachen, wenn wir noch länger in unserer eigenen Wohnung verbringen oder alleine sind. Für ein Jahr, das wir quasi nur in der eigenen Wohnung oder auf der Arbeit verbracht haben, ist allerdings doch ganz schön viel passiert. Die Maßnahmen haben sich fast stündlich verändert und die Meinungen darüber, was die richtige Strategie ist, um das soziale Leben und die Wirtschaft wieder ans Laufen zu bringen, die haben sich auch fast stündlich verändert. Heute will ich mir mit euch also nicht nur das letzte Jahr ansehen, sondern ich will mir vor allen Dingen das Krisenmanagement ansehen und ich will mir auch ansehen, was eine linke Alternative dazu sein könnte. Da will ich vorab sagen, ich kann jetzt natürlich keine gesamte linke Antikrisenstrategie aufstellen, einmal gesamt für uns alle, sondern ich kann lediglich dazu beitragen, ein paar Thesen zu nennen, die ich denke, die man beachten sollte, wenn man eben sich an eine linke Antikrisenstrategie rantastet. Bevor ich mich jetzt den Rest des Podcasts relativ intensiv mit einer linken Antikrisenstrategie auseinandersetze und ganz viel darüber rede, was wir eigentlich alles so machen sollten oder was wir vielleicht schon tun als Linke, denke ich, ist es wichtig, dass wir alle auf derselben Grundlage stehen. Also dass, wenn ich von Krise spreche, ihr auch genau das versteht, was ich meine. Denn heute gibt es, glaube ich, sehr viele Auffassungen davon, was Krise eigentlich bedeutet. Wenn ich Krise sage, dann rede ich vor allen Dingen von der Wirtschaftskrise, die wir gerade erleben. Und ich rede natürlich auch von dem verstärkten Effekt, den sie durch die Corona-Pandemie erlangt hat. Aber ich mache quasi genau das umgekehrt, was ganz viele Zeitschriften dann machen. Denn in ganz, ganz vielen Klatschblättern, aber nicht nur Klatschblättern, sondern auch Wirtschaftszeitrichten können wir heute lesen, ja, wir hatten so eine Pandemie und dann ist die Wirtschaftskrise gekommen und die Pandemie hat die Wirtschaftskrise ausgelöst und jetzt ist alles ganz blöd. Und ich bin mir aber ziemlich sicher, beziehungsweise ich weiß, genau wie die meisten renommierten Wirtschaftswissenschaftler auch, dass das eben nicht so ist, sondern dass wir in der Tat uns schon längst eine Wirtschaftskrise befunden haben, als die Corona-Pandemie gestartet hat. Die Wirtschaftskrise, die ist nämlich schon Ende 2018 entstanden, beziehungsweise Anfang 2019 und eben nicht erst mit der Pandemie, die wir ja zumindest in Europa erst so ungefähr Anfang 2020 als erstes Mal erlebt haben. Das bedeutet, dass die Ursache für die Wirtschaftskrise nicht die Pandemie ist, sondern die Ursache für die Wirtschaftskrise ist, dass es eine Überproduktionskrise ist, also etwas, das der Kapitalismus etwa ungefähr alle fünf Jahre hervorbringt und das wir immer wieder gesetzmäßig erleben müssen in diesem Wirtschaftssystem. Und etwas zur Überproduktionskrise zu sagen, könnte ich jetzt machen, allerdings kann man sich dazu auch meinen Podcast von letztes Jahr anhören. Der heißt Alles Krise. Da rede ich eigentlich so 20 Minuten genau darüber, was eine Überproduktionskrise eigentlich ist. Und damit kann ich mich halt jetzt heute so ein bisschen mehr darauf fokussieren, was über linke Antikrisenstrategie zu sagen, nicht quasi das nochmal zu erklären. Trotzdem sollte man vielleicht erwähnen, dass diese Überproduktionskrise eine Besonderheit hat. Und zwar, dass sie mit einer Reihe an sehr grundlegenden Veränderungen in der Organisation der kapitalistischen Produktion zusammenfällt. Das bedeutet, dass sich die Produktionsweise im Kapitalismus nach und nach verändert und dass zum Beispiel jetzt gerade wir uns an einem Punkt befinden, wo Digitalisierung für weite Teile der Produktion sehr wichtig wird, wo es eine breite Einführung von Methoden der künstlichen Intelligenz gibt und wo wir auch die sogenannte Dekarbonisierung erleben. Das bedeutet der Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen. Das sind alles eben Veränderungen der Organisation der kapitalistischen Produktionsweise, die durch diese Krise jetzt beschleunigt werden und dadurch schneller umsetzbar sind. Diese Entwicklungen werden die Arbeits- und Lebensbedingungen von großen Teilen der Arbeiterinnenklasse in den nächsten Jahren ziemlich stark verändern. Und wir werden eben eine starke Veränderung in unseren Jobs dadurch spüren. Dazu muss man daneben sagen, dass ich nicht sage, dass Wirtschaftskrise und Corona vollkommen unabhängig voneinander sind, sondern ich denke, dass die Pandemie, auch wenn sie viel später gestartet hat als die Wirtschaftskrise, trotzdem einen massiven Einfluss auf diese hatte. Also wir haben es ja zum Beispiel gesehen, Teile der Gastro oder eben auch alles, was so mit Hotels und Reisen und so zu tun hat, wurde sehr früh beeinflusst. Also da ist die Wirtschaft sehr früh bergab gegangen. Und eigentlich erlebt man das immer erst später in Überproduktionskrisen, dass eben die Bereiche wie Gastronomie das auch erleben. Und durch die Corona-Pandemie wurde das eben verschnellert. Genau. Und die Pandemie ist dann eben inmitten der Überproduktionskrise Anfang 2020 ausgebrochen. Und das hat eben dazu geführt, dass die Auswirkungen massiv verschärft wurden. Ich habe das gerade schon gesagt mit der Gastro. Aber zum Beispiel ist ja auch was, was wir alle erlebt haben. Der Lockdown. Und vor allen Dingen in zahlreichen Ländern gab es eben eine Unterbrechung internationaler Produktionsketten. Also der Kapitalismus ist ja heute sehr stark international organisiert. Und eigentlich gibt es kaum ein großes Monopol. Oder es gibt kein großes Monopol, das nicht international produziert. Wir kennen alle dieses Beispiel von Mein T-Shirt reißt dreimal um die Welt, bevor es im Laden landet. Und das hat sich eben in der Pandemie auch ganz stark gezeigt. Beziehungsweise das war ein massiver Einfluss, den die Pandemie auf die Wirtschaft hatte, dass eben diese internationalen Produktionsketten durchbrochen wurden. Damit kommen wir quasi zurück zu meiner Anfangsthese. Und zwar nicht die Corona-Pandemie hat die Wirtschaftskrise ausgelöst, sondern die Wirtschaftskrise wurde eben massiv verstärkt durch die staatlichen Reaktionen auf die Pandemie. Wenn wir uns das dann angucken, dann gibt es noch weitere Faktoren, die eben in diese Krise massiv mit rein spielen. Und zwar haben wir jetzt die Wirtschaftskrise, die Pandemie. Und als nächstes kommt die Zuspitzende Umweltkrise, die eben auch einen großen Einfluss darauf hat, wie diese Wirtschaftskrise verlaufen ist. Und es kommt ein massiver Anstieg der internationalen Migrationsbewegung, eben dadurch, dass es immer noch viele Kriege und bedroffliche Konflikte auf der Welt gibt. Und auch das hat eben einen Einfluss auf die Krise. Die kapitalistischen Staaten sind also jetzt gerade mit einer multiplen Krisensituation konfrontiert und wir alle eben auch. Weltweite Wirtschaftskrisen, das sind Phasen, in denen internationale Spannungen zwischen den imperialistischen Staaten sich verstärken. Das bedeutet, dass es eben nicht so ist, dass, wie manchmal so ein bisschen über die EU gesprochen wird, alles so richtig Friede, Freude, Eierkuchen ist. Sondern ganz im Gegenteil, gerade in der Wirtschaftskrise merkt man dann, dass diese Staaten eigentlich alle gegeneinander spielen. Und man hat auch viel darüber geredet, wie das mit den Impfungen ist. Zum Beispiel, dass sich die EU ja jetzt gemeinsam Impfungen gekauft hat und das zeigt, wie super alles in der EU läuft. Aber erstens sieht man ja schon viele Nachrichten, dass sich die Länder um eben diese Impfungen streiten. Aber was man eben auch sieht, ist, dass Deutschland vor allen Dingen deshalb zugestimmt hat, weil Deutschland eben einen massiven Einfluss auf die EU hat und weil es eben viele Länder als abhängig betrachtet, die innerhalb der EU sind und deshalb eben massiv von EU-Deals profitiert. Dass sich die Spannungen unter den verschiedenen imperialistischen Staaten noch verstärkt haben, das zeigt sich anhand von verschiedenen Dingen. Zum Beispiel sind die Spannungen eigentlich noch ein bisschen stärker geworden, als in der letzten Wirtschaftskrise 2008, 2009. Denn in dieser Wirtschaftskrise konnte man sehen, dass die Staaten noch versucht haben, sich gegenseitig so ein bisschen aufzuhelfen. Also man hat sich eben gegenseitig Geld geliehen. Das hat man natürlich auch aus wirtschaftlichen Gründen gemacht und jetzt nicht, wenn man irgendwie der gute Samariter war oder so. Aber in dieser Wirtschaftskrise gibt es eben dieses gegenseitige Aufhelfen eigentlich gar nicht mehr. Man sieht ganz offen, wie jeder Staat für sich alleine kämpft. Das sieht man zum einen an den Impfstoffen, aber man sieht es eben auch daran, dass zumindest die Option einer Abschottung des eigenen Landes eigentlich in jedem kapitalistischen Staat zumindest schon mal auf dem Tisch lag. Also es gibt Staaten wie Australien oder Neuseeland, die das auch durchgezogen haben, also die sich komplett abgeschottet haben. Und man sieht eben Staaten wie Deutschland, bei denen die Option zwar teilweise auf dem Tisch lag und die auch letztes Jahr irgendwann einmal ganz kurz die Grenzen dicht gemacht haben, aber auch nicht so ganz konsequent und auch irgendwie nicht für alle, die das dann eben vor allen Dingen deshalb nicht geschafft haben, durchzusetzen beziehungsweise deshalb die Abschottung nicht durchgesetzt haben, nicht weil sie so solidarisch gegenüber anderen Staaten sind, sondern vor allen Dingen deshalb, weil sie Angst hatten, dass sie dadurch noch mehr wirtschaftliche Schäden erleiden. Und eben dieser konstante Balanceakt zwischen wirtschaftlichen Schäden und irgendwie verursacht die Pandemie, aber auch wirtschaftliche Schäden, muss irgendwie auch eingedämmt werden. Der konnte ja von Anfang an nicht so richtig funktionieren und das sieht man eben jetzt auch. Man sieht, dass ganz viele Städte in Deutschland extrem hohe Inzidenzwerte haben, dass wir nach einem Jahr Pandemie immer noch nicht mal annähernd am Ende angekommen sind. Ja, und wir sehen eben, wie diese konstante Abwägung zwischen Wirtschaft und Menschenleben ganz krass auf Kosten der Arbeiterinnen ausfällt. Also diese Krise wird genau wie jede andere Wirtschaftskrise, die wir in der Geschichte kannten, einfach ganz krass aus unserem Rücken ausgetragen und wir sind die Leidenden daran. Während es quasi einen konsequenten Freizeit-Lockdown gibt, gibt es eben ganz, ganz wenige Einschränkungen für die Wirtschaft und vor allen Dingen kriegen eben große Unternehmen, Großkonzerne nochmal Rettungspakete in Milliardenhöhe, die eben auch durch Steuerzahlerinnen, also im Endeffekt durch uns finanziert werden, während eben ganz viele kleine Selbstständige immer noch auf ihre Zahlungen warten und eben viele, viele Läden deshalb schon bankrott gegangen sind von eben kleinen Verkäufern. Ich glaube, ausgehend von dem, was ich jetzt gerade so erklärt habe, können wir jetzt über linke Antikrisenstrategie diskutieren beziehungsweise was linke Antikrisenstrategie ist oder vielleicht was sie auch nicht ist. Und ich glaube, eine der Fragen, die man da am häufigsten hört, ist eben diese Was ist denn euer Plan zur Lösung der Pandemie? Und ich glaube, bei dieser Fragestellung muss man aufpassen, ob man sich da wirklich als Linke genau so drauf einlassen will. Denn natürlich kann ich jetzt ganz lange darüber reden, ganz breit darüber diskutieren, wie das eigentlich im Sozialismus aussehen würde, was eigentlich ein sozialistischer Staat machen würde, um eine Pandemie zu bekämpfen, welche Maßnahmen er ergreifen würde, welche Maßnahmen in Ordnung wären, welche nicht. Aber das ist so ein bisschen eine Hette-Hette-Fahrradkette-Diskussion, denn jetzt gerade befinden wir uns nicht im sozialistischen Staat, jetzt gerade befinden wir uns im Kapitalismus. Und das bedeutet, wenn ich mich auf die Frage, was ist denn euer Plan zur Lösung der Pandemie einlasse, dass ich das tun muss unter den jetzigen Machtverhältnissen. Also ich muss versuchen, dann von links die Krise unter den jetzigen Machtverhältnissen zu lösen. Und das muss ja zwangsläufig dazu führen, dass ich reformistische Forderungen stelle. Das bedeutet, dass ich mich nur an die einzige reale Macht richten kann, die gerade diese große Aufgabe umsetzen könnte. Und das bedeutet, dass ich im Endeffekt bittstellerisch an den bürgerlichen Staat agieren muss. Aber gerade dieser Staat ist ja verantwortlich für das ganze Desaster. Gerade dieser Staat setzt ja seit Jahrzehnten Sparprogramme in Altersheimen und Krankenhäusern durch. Gerade dieser Staat hat eben durch diese Sparprogramme dafür gesorgt, dass nicht alle intensivmedizinisch versorgt werden können. Und gerade dieser Staat hat an große Konzerne extrem viel Geld verschenkt zu Beginn der Pandemie und auch noch jetzt und auch generell in der Wirtschaftskrise. Gerade von diesem Staat, der uns das Ganze eingebrockt hat, können wir jetzt als Arbeiterinnen eigentlich keine Lösung erwarten. Wir haben uns von ihm nichts zu erhoffen. Die Zero-Covid-Petition tritt genau in das Fettnäpfchen, beziehungsweise genau in die Falle, die ich gerade irgendwie beschrieben habe. Und zwar tappt sehr einfach in die Falle des Reformismus und macht eben genau diese falsche Fragestellung auf. Die Petition, die fordert von kapitalistischem Staat einen kurzen, schmerzhaften, aber in Anführungsstrichen solidarischen Lockdown. Das bedeutet, Kontakte zwischen allen reduzieren, alles schließen, insbesondere die Betriebe, besonders Betroffene unterstützen, das Gesundheitssystem stützen und ausbauen, Patente aushebeln und vor allen Dingen auch die Reichen zur Kasse bitten. Auf den ersten Blick ist jetzt die eine oder andere Forderung von Zero-Covid irgendwie antikapitalistisch oder hört sich zumindest antikapitalistisch an, sowas wie die Reichen zur Kasse bitten. Das ist was, was zum Beispiel andere Antikrisenbewegungen auch schon gefordert haben in Deutschland, antikapitalistische Antikrisenbewegungen. Aber die Ausrichtung der Initiative nach einem harten Lockdown, beziehungsweise einen harten Lockdown zu fordern, bedeutet in letzter Konsequenz, die starke Hand des kapitalistischen Staates zu fordern. In letzter Konsequenz bedeutet das, dass irgendwer ja dafür sorgen muss, dass der in Anführungsstrichen linke Ausnahmezustand durchgesetzt wird und dass der eingefordert werden kann und dass sich alle daran halten. Und wer soll denn die Durchführung eines kompletten Lockdowns kontrollieren, wenn nicht die Polizei oder die Bundeswehr? Wer soll die Einschränkung der Bewegungsfreiheit und die Kontaktverbote durchsetzen, wenn nicht die Polizei oder die Bundeswehr? Die Regierung wird dann eben die Gelegenheit nicht ungenutzt lassen, um den Sicherheits- und Repressionsstaat, den wir gerade erleben und wir haben in den letzten Monaten nochmal krass verstärktere Repressionen gegen linke und rote Gruppen erlebt, sie wird eben diese Gelegenheit nicht ungenutzt lassen, um das weiter auszubauen. Kontakt- oder sogar Ausgangssperren der gesamten Bevölkerung und eben dann eine Strafandrohung für die, die sich nicht daran halten, Das bedeutet eine faktische Aufhebung des Versammlungsrechts, also überhaupt gar kein Recht mehr, irgendwelche Demonstrationen durchzuführen oder irgendwelche Kundgebungen zu machen. Das bedeutet aber auch extrem ausgeweistete Überwachung, die sich eben im Endeffekt mit linkem Einverständnis über das ganze Land erstreckt. Das ist ein ziemlich krass dystopisches Szenario, was ich so als Linke nicht unterstützen kann. Als Linke kann man meiner Meinung nach nicht nach quasi Staatsüberwachung und nach starker Hand des Staates schreien. Das kann nicht die Lösung sein. Der Staat, der quasi jetzt die ganze Zeit seit Jahren Scheiße baut und der eben alle möglichen Dinge im Gesundheitssystem gekürzt hat, der jetzt eben nur den Großkonzernen Geld gibt, der soll jetzt die einfachen Bürgerinnen retten und beschützen, das halte ich irgendwie für einen Fehlschluss, für einen Trugschluss. Das ist auch ein Staat, von dem wir eigentlich gar nicht erwarten können, dass der von oben herab die Betriebe schließt. Also das ist was, was Linke seit einem Jahr und was ich denke, was Linke seit einem Jahr zurecht fordert, eine Schließung der Betriebe. Was man aber von einem Staat, der sich im internationalen Konkurrenzkampf befindet, nicht erwarten kann. Der wird das niemals machen. Ebenso wenig wird er uns die Freiheitsrechte zurückgeben, die wir uns von ihm freiwillig haben nehmen lassen, durch den dann angeblich solidarischen Shutdown. Sondern man wird eben, also man verschnellert eben durch diesen Shutdown dann eben den Abbau der Freiheitsrechte, den wir schon seit Jahren erleben. Und vor allen Dingen sind wir auch seit Jahren dagegen, dass zum Beispiel Bundeswehr im Inneren eingesetzt wird. Was das jetzt während der Pandemie sowieso schon mehrfach passiert ist und was eben dann, wenn ganz, ganz viele Ausgangssperren kontrolliert werden müssen, noch mehr der Fall sein wird. Auch was, wofür wir uns eigentlich als Linke eher nicht einsetzen können. Unter quasi den Bedingungen von einer globalisierten Produktion muss eine Zero-Covid-Strategie auch auf Grenzkontrollen hinauslaufen. Also das bedeutet, dass die deutschen und europäischen Außengrenzen, gegen deren Kontrollierung wir uns seit Jahren einsetzen, jetzt dann wieder kontrolliert werden würden. Und zwar auf einer, in Anführungsstrichen, linken Basis. Das würde auch jedem Prinzip von internationaler Solidarität widersprechen. Also nehmen wir jetzt mal an, das ist tatsächlich so. Und der Staat würde mit einem wochenlangen oder monatelangen harten Lockdown, der zum Beispiel in Wuhan ungefähr drei Monate gedauert hat, es tatsächlich schaffen, Wohnen in Deutschland und in Europa zu besiegen, dann blieben ja immer noch die Menschen, die wir dann aus unseren Grenzen ausgeschlossen hätten, denn wir haben ja Grenzkontrollen gemacht, in Afrika und in anderen Kriegs- und Krisengebieten übrig. Im Mittleren Osten wäre die Pandemie dann immer noch nicht gelöst. Und diese Menschen wollen wir dann weiter mit geschlossenen Grenzen aus Deutschland raushalten, damit wir irgendwie unsere Errungenschaft des Lockdowns weiter wahren können. Das halte ich für nicht besonders solidarisch. Und ich glaube, das bestrebt auch linken Prinzipien. Das kommt damit eigentlich nicht überein. Plus, wer soll denn diese Grenzüberwachung machen? Frontex? Das Frontex, gegen das wir uns seit Jahren einsetzen und wo wir seit Jahren auch erleben, dass es eben illegale Pushbacks zum Beispiel macht vor Griechenland, was wir gerade erst wieder gehört haben, oder dass es einfach Menschen im Mittelmeer ertrinken lässt. Die sollen dann quasi kontrollieren, dass keine Menschen nach Deutschland einreisen. Naja, um es mal nett zu sagen, einen schwierigen Ansatz, den Lockdown zu lösen. Anstatt quasi unseren eigenen Plan für eine Lösung der Pandemie vorzulegen, wie es eben eine Lösung der Pandemie im Kapitalismus gar nicht wirklich geben kann, beziehungsweise, wie wir ja gerade auch nochmal gehört haben, zumindest nicht dann, wenn wir uns an ein so eigenen Prinzipien halten wollen und wenn wir Menschenrechte wahren wollen, wenn wir nicht unsere eigenen Freiheitsrechte aufheben lassen wollen, dann bedeutet das, dass wir eigentlich was anderes machen müssen, als unseren eigenen Plan für die Leasung der Pandemie vorzulegen. Sondern was wir machen müssen, ist, dass wir uns als Linke die Frage stellen müssen, wie können wir an die aktuelle Situation herangehen? Und zwar, was sind zum Beispiel die aktuell unmittelbaren Nöte von den verschiedensten Teilen der Arbeiterinnenklasse? Wie können wir da helfen? Was sind daraus resultierende direkte Forderungen, die wir stellen können? Wie können wir in den Kämpfen um diese Forderungen eine Gegenmacht der Arbeiterinnenklasse aufbauen und uns halt tatsächlich eben reale politische Macht holen, mit der wir dann auch Forderungen, die gut für uns sind, durchsetzen können? Das sind eben viel mehr die Fragen, die wir uns stellen müssen. Das heißt, wir müssen uns viel mehr diese Fragen stellen, als eben zu sagen, okay, ja, jetzt legen wir einen großen Plan zur Klärung der Pandemie auf den Tisch. Denn diesen Plan kann der Kapitalismus zumindest so perfekt, wie wir ihn gerne haben wollen würden, nicht leisten. Doch wie kann man es denn jetzt schaffen, eine reale Gegenmacht der Arbeiterinnen aufzubauen? Ich denke, dass ein wichtiger Schritt dahin ist, zu erklären, was für eine Komplexität an Problemen, was für eine Vielfalt an Problemen es gerade gibt. Und vor allen Dingen auch zu sehen, dass eben diese Probleme unsere Klasse ganz unterschiedlich betreffen, je nachdem, wer man ist. In der Klasse befinden sich ja noch verschiedene Schichten und es gibt ja auch nur das Kleinbürgertum. Diese Menschen sind alle sehr unterschiedlich davon betroffen, wie die Pandemie sich gerade auswirkt, wie die Wirtschaftskrise sich gerade auswirkt, wie das Zusammenkommen dieser beiden Dinge sich gerade auswirkt. Zum Beispiel haben wir die unterbeschäftigten Arbeiterinnen, die Arbeiterinnen, die gerade in Kurzarbeit sind oder entlassen werden oder die Angst vor Armut und Hartz IV haben müssen. Daneben gibt es aber eben auch Arbeiterinnen, die dem Virus besonders ausgesetzt sind, weil die zum Beispiel im direkten Menschenkontakt ihre Gesundheit aufs Spiel setzen müssen. Allerdings auch zum Beispiel, weil sie eine besondere Risikogruppe sind und deshalb besonders betroffen. Und dann gibt es eben auch Kolleginnen, die im direkten Menschenkontakt sind, aber nicht, wie wir uns das jetzt vorstellen, Ärztinnen sind oder so, sondern eben Menschen, die in Supermärkten arbeiten, Paketboten, Lagerarbeiterin, Fleischfabrikarbeiterin, Lkw-Fahrerin, Erzieherin. Das sind alles Menschen, die sich im direkten Menschenkontakt befinden und deshalb eben dem Ganzen ganz anders ausgesetzt sind. Wir haben aber daneben auch kleine Gewerbetreibende, zum Beispiel Gastronomen oder Friseure oder alle möglichen, was sich so im Kulturbereich befindet. Auch die sind nochmal ganz anders von der Pandemie betroffen. Also dafür wäre ja zum Beispiel ein Beispiel der wirtschaftliche Ruin von vielen kleinen Läden, den wir gerade erleben. Dann haben wir viele Menschen in Deutschland, die zum Beispiel mieten. Sogar ein Großteil der Menschen, die ich gerade schon erwähnt habe, ist Mieterin und die müssen es irgendwie schaffen, ihre Miete heute noch zahlen zu können. Und sie müssen eben auch schauen, wie sie damit klarkommen, dass sie mitunter in viel zu kleinen Wohnungen eingesperrt sind, quasi mit dem Rest ihrer Familie oder ihren Mitwohnerinnen. Und wo eben dann auch das Risiko der Infektion nochmal viel höher ist, denn all die Menschen in der Wohnung gehen ja irgendwo hin, ob in den Kindergarten oder auf die Arbeit oder in die Schule. Alle bringen eben das Infektionsrisiko quasi wieder zurück nach Hause und man kann sich dort nochmal besonders anstecken. Dann aber dürfen wir auch quasi die Jüngeren in unserer Gesellschaft nicht vergessen, und zwar die Schülerinnen. Ihnen wird eigentlich ihr Recht auf Bildung genommen. Die Vereinsamen zu Hause, die Jahre, die alle als die besten Jahre ihres Lebens bezeichnen, die müssen sie eben eingesperrt in ihrem Zimmer verbringen. Und zeitgleich werden sie immer wieder dafür verantwortlich gemacht, dass die Pandemie irgendwie nicht endet, weil die die ganze Zeit angeblich Party schmeißen würden. Und fühlen sich dann eben auch noch vom Rest der Bevölkerung massiv eingefeindet. Und das ist, glaube ich, auch was, wo wir uns irgendwie mit auseinandersetzen müssen. Wir müssen uns auch damit auseinandersetzen, dass nicht jede Schülerin und jeder Schüler oder jeder Studentin oder jeder Student die Möglichkeit hat, ein digitales Endgerät bereitgestellt zu bekommen und damit eben am Unterricht teilnehmen zu können. Oder dass zum Beispiel es auch keine Luftfilteranlagen in vielen Klassenräumen gibt. Im Lockdown steigt außerdem auch die Gewalt an Kindern. Auch das ist etwas, das wir nicht vergessen dürfen. Für viele Kinder ist die Schule ein Flugflugtsort. Dann gibt es aber eben auch das genaue Gegenteil. Neben den Kindern haben wir eben auch Rentnerinnen oder Menschen mit Behinderungen, auf die geachtet werden muss. Aber tatsächlich in der Politik irgendwie, also zumindest Menschen mit Behinderungen kommen in der Politik gerade relativ wenig vor. Also da wird relativ wenig drüber gesprochen. Und sie sind zum Beispiel auch oft in den Impfungen irgendwie gar nicht besonders erwähnt. Also es wird irgendwie nicht gesondert darauf geachtet, dass diese Menschen vielleicht schnelle Impfungen brauchen. Ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Bevölkerungsgruppen. Auch Frauen und LGBTI haben zum Beispiel besondere Bedürfnisse bei Frauen. Das ist ja, dass sie viel Haus- und Sorgearbeit machen und viel Kindererziehung. Und bei LGBTI-Flussmenschen ist es die Tatsache, dass viele von ihnen oft Rückstuhlsorte in Bars und Vereinen hatten, die ihnen jetzt fehlen. Und manche sind eben mit ihren zum Beispiel homophoben Eltern zu Hause eingeschlossen und wissen eben nicht, was sie jetzt machen sollen. Oder zum Beispiel ist es ja auch so, dass es zu einer Aufschiebung von medizinischer Versorgung kommt für LGBTI-Personen. Zum Beispiel gibt es eine Aussetzung von Hormontherapien oder geschlechtseingleichenden OPs für Transpersonen in manchen Bereichen. Das sind eben alles Sachen, die wir nicht vergessen dürfen. Eine andere Schicht der Arbeiterinnenklasse, und ich will jetzt wirklich mit dieser Aufzählung nicht mehr zu lange greifen, sind Obdachlose, Geflüchtete, aber eben auch zum Beispiel Gefangene in den Gefängnissen in Deutschland. Alle diese Menschen haben nochmal ganz eigene Probleme mit der Pandemie, die wir uns so vielleicht gar nicht vorstellen können, auf die wir aber trotzdem Acht geben müssen. Und all diese Menschen sind Teil der Arbeiterinnenklasse. Das bedeutet, ein ganz großer Punkt in einer linken Antikrisen-Strategie muss es sein, die verschiedenen Probleme der verschiedenen Arbeiterinnen zu erkennen und auch zu sehen, dass unsere Gesellschaft eben extrem vielschichtig ist und wir uns in einer komplexen Situation befinden. Diese Aufzählung war jetzt relativ lang, aber ich glaube, sie hat ganz gut gezeigt, wie viele Probleme es eigentlich in der Arbeiterinnenklasse gibt und wie komplex diese Probleme auch sind. Was wir aber dann nicht machen dürfen, ist, wir dürfen uns nicht auf diesen falschen Pfad lenken lassen, dass diese unterschiedlichen Probleme bedeuten würden, dass wir auch unterschiedliche langfristige Interessen haben. Zum Beispiel das, was ganz oft gemacht wird von oben herab, ist zu sagen, ja, die Jungen halten sich alle nicht an den Lockdown und deshalb sind wir jetzt noch in der Pandemie und guckt, ihr habt alle so unterschiedliche Ansichten dazu und das ist eigentlich unser Problem. Nein, nein, also das ist nicht, was die Pandemie verlängert hat, dass sich irgendwelche Leute einzeln treffen. Was die Pandemie verlängert hat, ist, dass bei allen Maßnahmen stets die Profitinteressen im Vordergrund standen, dass man nie Großbetriebe geschlossen hat. Das sind Dinge, die objektiv die Pandemie verlängert haben. Das bedeutet also, dass wir als Arbeiterinnenklasse uns unsere gemeinsamen langfristigen Interessen bewusst machen müssen und die im Blick haben müssen. Was sind denn gemeinsame langfristige Interessen? Gemeinsame langfristige Interessen sind Gesundheit, ein wiederlaufendes soziales Leben. Ein sehr weit gefasstes gemeinsames Interesse ist, dass wir irgendwann nicht mehr ausgebeutet werden. Diese Sachen müssen wir im Blick behalten und für die müssen wir gemeinsam kämpfen und dürfen uns eben nicht einreden lassen, dass bestimmte Teile unserer Klasse mehr schuld sind daran, dass es gerade die Pandemie gibt und dass man jetzt quasi sich die als Sündenbox sucht. Sondern wir müssen gemeinsam kämpfen, denn nur dann haben wir die Chance, überhaupt Dinge durchzusetzen und überhaupt wieder Sachen für uns zurückzuerkämpfen. Aber wenn wir jetzt nicht die Schuldigen sind, wer sind dann die Schuldigen? Das fragt man sich, glaube ich, direkt im Anschluss. Ich denke, wenn man einen Verantwortlichen sucht für die Pandemie beziehungsweise für die Überwindung der Pandemie, dann sollte man mit den Leuten anfangen, die bis jetzt noch überhaupt keine Verantwortung übernommen haben. Und das ist die Kapitalistinnenklasse in Deutschland. Denn selbst da, wo die es scheinbar getan haben, hat es lediglich der Aufrechterhaltung der eigenen Produktion in ihrem Bereich gedient. Während man das Privatleben der allermeisten Menschen in diesem Land auf den engsten Familienkreis ein paar Mitbewohnerinnen oder eine Freundin ohne den heimischen Fernseher verschränkt hat, währenddessen hat es nie wirklich zur Debatte gestanden, Betriebe zu schließen. Obwohl es extrem wichtig gewesen wäre und noch extrem wichtig ist, die nicht lebensnotwendigen Großbetriebe zu schließen. Die Schließung von Großbetrieben, die ist notwendig, um die Infektionszahlen möglichst schnell zu senken. Aber, was ich eben schon gesagt habe, als wir über Zero-Covid gesprochen haben, ist, dass es keinen solidarischen Shutdown in Anführungsstrichen geben kann, weil eben besonders die Überproduktionskrisen immer in die Zerstörung der kleineren Betriebe münden und Millionen von Existenzen zugunsten der Großkonzerne vernichten. Lediglich zeitweilige Zugeständnisse können wir dann für uns erkämpfen. Wenn man also einen Lockdown der Wirtschaft durchsetzen will, dann muss man das mit ganz klaren Forderungen und konkreten Kämpfen verbinden. Das bedeutet, dass wir fordern müssen, dass es eine Weiterzahlung der Löhne aller Arbeiterinnen durch das Kapital gibt, dass es ein Verbot von Entlassungen gibt und ein Verbot von Zwangsräumungen, also wenn Leute ihre Miete nicht mehr zahlen können. Es geht also darum, dafür einzutreten, dass eben die Reichen die Krise bezahlen, dass das Kapital die Krise bezahlt und dass nicht, wie es jetzt gerade passiert, denen auch noch Geld gegeben wird. Also zum Beispiel haben wir ganz, ganz viele Geschenke an Großkonzerne gesehen, am Anfang, in der Mitte und auch jetzt gerade in der Krise. Es muss aufgehört werden, Großkonzerne zu subventionieren, sondern wir müssen fordern, dass eben dieses Geld an die Arbeiterinnen geht und dass eben auch zum Beispiel dann kleine Läden oder so Geld bekommen, wenn diese auch schließen müssen, eben anders als große Firmen. Aber wie können wir es denn jetzt schaffen, erfolgreiche Kämpfe zu führen, mit differenzierten Forderungen quasi in den verschiedenen Bereichen? Wie können wir es schaffen, sowas zu entwickeln und sowas anzuleiten? Ich denke, was dafür wichtig ist, ist, dass wir mehr machen müssen, als nur irgendeine Petition aufzustellen oder mal hier und da einen einzelnen Straßenprotest zu machen, wie zum Beispiel eine Kundgebung oder eine Demonstration. Sondern zentral ist eigentlich, dass wir uns langfristig organisieren. Und zwar in all den Teilen, beziehungsweise all den Orten, in denen wir unsere Klasse finden. Das bedeutet, dass wir uns auf der Arbeit, in den Betrieben, den Stadtteilen, unter den Arbeitslosen, den Frauen, LGBTI+, Migrantinnen, in Behindertenwerkstätten, aber auch in Lehrstellen, wie zum Beispiel den Schulen und den Universitäten organisieren müssen. Wir müssen immer da sein, wo auch unsere Klasse ist. Und wir müssen da ansetzen, wo unsere Klasse konkrete Probleme und alltägliche Nöte und Sorgen hat. Das bedeutet, dass wir uns selbstständig organisieren müssen und es quasi schaffen müssen, uns mit anderen Kräften zusammenzuschließen, um gemeinsam unsere Forderungen durchzusetzen. Das Ziel dabei muss es, glaube ich, sein, dass man mit jedem Menschen individuelle Kämpfe führen kann, beziehungsweise mit den Menschen gemeinsam Kämpfe für ihre Interessen führen kann, aber eben auch zeigen kann, in welchem Gesamtkontext steht dieser Kampf und wie können wir eben die einzelnen Bereiche, die einzelnen Probleme zu einem gemeinsamen Kampf zusammenführen. Dabei werden wir auch nicht drum herum kommen, irgendwann Forderungen an den Staat zu richten. Aber im Gegensatz zu eben Kampagnen wie Zero-Covid gehen wir da nicht als Bittstelle an den Staat heran und sagen, bitte, bitte, dann das wird uns nirgendwo hinführen. Der Staat wird uns nicht freiwillig irgendetwas geben, sondern wir gehen mit dem Ziel daran, ihn durch Druck von unten dazu zu zwingen, uns Zugeständnisse zu machen. Zugeständnisse, die der Staat immer nur mit Rücksicht auf den Erhalt des Gesamtsystems machen wird. Und mit dem Ziel vor allen Dingen, wird er die machen, unsere Proteste abzuschwächen, also uns ein bisschen was zu geben, damit wir ein bisschen ruhiger sind. Und trotzdem kommen wir quasi darum nicht herum. Wir müssen aber schauen, dass wir, wenn wir solche Forderungen an den Staat aufstellen, wir da bei uns keine Eigentore schießen. Das bedeutet, dass wir nicht irgendeine Art von Aufrüstungsstrategie des Staates unterstützen dürfen, wie zum Beispiel den Einsatz von irgendwelchen Tracing-Apps. Aber wir dürfen vor allen Dingen auch nicht unterstützen, dass zum Beispiel Bundeswehr im Inneren eingesetzt wird, ob das jetzt in Alten- oder Pflegeheimen ist oder zum Beispiel zu Kontaktnachverfolgung in Gesundheitsämtern. Wir müssen auch scheinbar unpolitische Verwaltungsmaßnahmen in den Blick nehmen, wie zum Beispiel einen digitalen Impfpass, eine digitale Patientenakte, aber eben auch die Pläne von Bargeldabschaffungen. Das alles müssen wir betrachten und müssen schauen, hey, wann ist im Interesse unserer Klasse und wann nicht. Das heißt, welche Forderungen stellen wir und gegen welche Sachen stellen wir uns entschieden und sagen, nein, das hilft uns als Klasse nicht, das bringt uns gar nichts. Während wir also quasi den Schutz unserer Gesundheit in den Vordergrund stellen, dürfen wir nicht vergessen, dass der Staat auch immer wieder versuchen wird, mit seinen Maßnahmen strategisch auch unsere demokratischen Freiheitsrechte wieder auszuhöhlen, die wir uns viele Jahre hart erkämpft haben. Und das bedeutet, dass wir uns zum Beispiel gegen Maßnahmen stellen müssen, die zum Beispiel, dass in Privatwohnungen kontrolliert wird. Also das stand ja lange zur Debatte oder steht auch jetzt noch zur Debatte, dass man eben nicht erst einmal irgendwie als Polizei kommen muss und dann erst theoretisch erst beim zweiten Mal in die Wohnung darf, sondern dass man das eben sofort darf, um eben zu schauen, wie viele Leute da sind. Das ist was, wo wir uns gegenstellen müssen, denn damit wird uns einfach das Recht genommen, dass unsere Wohnung erst mal privat ist und damit kann einfach jeder in unsere Wohnung reinmarschieren und es steht auch irgendwie nichts mehr irgendwie spontan Hausdurchsuchungen im Wege. Das bedeutet, dass wir immer differenzieren müssen, wann geht es eben wirklich um den Kampf gegen die Pandemie beziehungsweise wann hilft es wirklich dem Kampf gegen die Pandemie und wann ist diese Maßnahme eine Maßnahme, die uns als Arbeiterinnenklasse eigentlich überhaupt nicht entgegenkommt. Das ist eben genau die Gratwanderung, die wir machen müssen. Im Gegensatz zu Kamanien wie Zero-Covid dürfen wir nicht als Bittsteller agieren, sondern wir müssen eben Druck aufbauen. Und das bedeutet, dass wir unsere Gesundheit schützen müssen, aber auch eben sehen müssen, dass der Kampf für unsere Gesundheit und der Kampf gegen den Kapitalismus gehen Hand in Hand. Wir müssen unsere Grundrechte schützen und unsere Gesundheit. Wir müssen uns gegen die Eingriffe in unser Privatleben stellen. Wir müssen uns gegen die Aufhebung des Versammlungsrechts stellen. Wir müssen uns gegen den Aufbau von staatlichen Überwachungen stellen. Wir dürfen die Themen von Grundrechten nicht den Faschisten und den Rechten überlassen, die sich jetzt gerade irgendwie als Schutzmacht des demokratischen Rechts aufspielen, sondern wir müssen zeigen, nur Linke können eine wirkliche Perspektive in dieses Thema bringen. Nur links kann ein Lösungsansatz dafür sein. Und das bedeutet, dass wir eben Grundrechte und Gesundheit gleichermaßen schützen müssen und dass diese Kämpfe überhaupt nicht gegeneinander stehen, sondern gerade nur miteinander funktionieren können. Ich denke, das, was ich gerade gesagt habe, und zwar, dass eben der Kampf für unsere Gesundheit, der Kampf gegen die Abwälzung der Krisenfolgen auf die Arbeiterinnen immer mit einem antikapitalistischen Kampf einhergehen muss, dass das ein der wichtigsten Elemente ist, die wir bei einer linken Krisenstrategie beachten müssen. Die Zeiten der Krise sind die Zeiten, in der den Leuten, beziehungsweise den Arbeiterinnen, das Versagen des Systems am krassesten vor Augen geführt wird. Das ist die Zeit, in der wir zeigen müssen, wir haben eine bessere Vision einer Gesellschaft. Das ist die Zeit, in der wir zeigen müssen, okay, dieser und dieser Widerspruch, der lässt sich in einer sozialistischen Gesellschaft lösen. Zum Beispiel das Desaster rund um die Impfstoffproduktion oder die ungerechte internationale Verteilung, das können wir mit einer vergesellschafteten Pharmaindustrie lösen. Der Widerspruch, dass massiv ins Privatleben eingegriffen wird, während die Profitschaft weiterläuft, das können wir in einer sozialistischen Gesellschaft lösen. Der Widerspruch, dass ganz wenige Menschen extreme Gewinne machen, während der Rest der Menschheit geradezu an der Pandemie verreckt, das Problem können wir in einer sozialistischen Gesellschaft mit einer gerechten Verteilung von Ressourcen lösen. Die Frage, an wen eigentlich Dinge gehen sollen, wenn produziert wird und zum Beispiel die Frage von Entlassungswellen oder Schließungen ganzer Unternehmen, das können wir in einer Gesellschaft, in der die Fabriken den Menschen gehören, die darin arbeiten, lösen. Das sind alles Sachen, die der Kapitalismus nicht lösen kann und wo wir dann eben in der Krise aufzeigen müssen, das ist unsere revolutionäre Alternative. Bevor ich euch jetzt irgendwie entlasse, möchte ich doch noch ein paar konkrete Forderungen nennen, die ich gut finde. Zum Beispiel hat die Initiative nicht auf unserem Rücken einige gute Forderungen aufgestellt, wie sie zum Beispiel, also was sie fordern, damit eben die Pandemie bekämpft werden kann. Und davon habe ich mir jetzt einfach mal welche rausgepickt, die ich sehr wichtig finde. Ich denke zum Beispiel, dass die Schließung aller nicht lebensnotwendigen Betriebe während eines Lockdowns sehr wichtig ist und das eben auch in den Gegensatz zu stellen zu den noch weiteren Einschränkungen im Alltag und zu zeigen, nee, es ist aber wichtig, dass die Orte geschlossen werden, wo gearbeitet wird und dass die Menschen, die noch arbeiten müssen, weil sie eben in lebensnotwendigen Betrieben arbeiten, dass die eben Gefahrenzulage erhalten. Darüber hinaus spricht nicht auf unserem Rücken zum Beispiel auch von konzernfinanziertem Kurzarbeitergeld von 100 Prozent, auch das finde ich eine wichtige Forderung, denn die rückt in den Vordergrund, auch wenn Betriebe geschlossen werden müssen, darf das nicht auf Rücken der Arbeiterinnen passieren, sondern die reichen sollen zahlen. Genau zu diesen reichen sollen zahlen kommt eigentlich auch sowas wie kapitalfinanzierte, unbürokratische Soforthilfe für kleine Gewerbetreibende. Dann denke ich, ist es wichtig, dass man diese Zahlen nicht für eure Kriseforderungen, die auch verschiedene Krisenbewegungen schon aufgestellt haben, bestärkt und sagt, okay, wir machen keine Geschenke mehr an Großkonzerne. Der Staat muss aufhören, Großkonzernen Geld zu geben. Darüber hinaus zum Beispiel wäre eine Freigabe der Impfpatente oder ist eine Freigabe der Impfpatente eine große Forderung? Einfach deshalb, weil dann ja schneller Impfungen und schneller mehr Impfungen produziert werden können und der Preis nicht unnötig in die Höhe getrieben wird. Darüber hinaus müssen wir immer den Internationalismus ein bisschen im Auge behalten und sagen, okay, wir müssen eine dezentrale Unterbringung von Wohnungslosen und Geflüchteten gewährleisten können. Das sind ebenfalls Infektionsherde und wir müssen eben auch schauen, dass Geflüchtete nicht abgeschoben werden. Darüber hinaus, denke ich, sind wichtige Forderungen ein Mietenstopp, aber eben auch der Ausbau von Frauen und LGBTI-Beratungsstellen. Wir haben gesehen, wie zum Beispiel die Gewalt an Frauen angestiegen ist während der Pandemie und da kann man eben mit geschultem und gut bezahltem Personal eben diesen Frauen helfen und eben auch den LGBTI-Personen, die in Haushalten leben müssen, in denen sie vielleicht nicht respektiert werden oder in denen sie sogar bedroht werden. Auch denen kann man mit sowas zumindest ein Stück weit helfen. Ich denke, wichtig ist auch, dass es bei lebensrettenden Behandlungsmöglichkeiten keinen Ausschluss gibt aufgrund von Behinderungen, Alter oder Vorerkrankungen und man dort eben alle Menschen mitnimmt und allen Menschen Behandlungsmöglichkeiten schafft. Dass die Leute, die lernen müssen, zum Beispiel Schülerinnen und Studentinnen, auch die Ausstattung bekommen, die sie brauchen, um zum Beispiel an Lehrveranstaltungen teilzunehmen. Das alles sind wichtige Forderungen und zwar die letzte Forderung ist, dass Azubis übernommen werden sollen nach dem Abschluss ihrer Ausbildung, sodass eben die Krise auch nicht aus ihrem Rücken ausgetragen wird und das ist eine ganz konkrete Forderung auf die nahe Zukunft, keine Einschnitte ins Versammlungsgesetz. In NRW haben wir ja jetzt gerade die Debatte, aber eben auch in vielen anderen Bundesländern, dass das Versammlungsgesetz versucht wird zu beschneiden, unter anderem unter dem Vorwand der Pandemiebekämpfung und das ist eben ein Zeitpunkt, an dem wir ganz klar unsere Grundrechte verteidigen müssen, unter dem wir sagen müssen, kein Einsatz der Bundeswehr im Inneren und vor allen Dingen keinen nicht nur minimalen Einschnitt ins Versammlungsgesetz. Ich denke, damit habe ich jetzt auf jeden Fall einiges an konkreten Forderungen genannt, die für eine linke Antikrisenstrategie wichtig sind und ich glaube, darüber hinaus sollte ich noch was anderes sagen, bevor ich jetzt endgültig diesen Podcast abschließe und zwar, ich habe heute viel gesagt über Zero-Covid und was ich an Zero-Covid zum Beispiel nicht richtig finde. Trotzdem denke ich, es ist wichtig, dass wir spektrums übergreifend zusammenarbeiten. Auch wenn zum Beispiel ich und Zero-Covid sehr unterschiedliche Ansätze haben, was zum Beispiel die Krisenlösung betrifft, denke ich, gibt es Punkte, an denen wir zusammenkommen können und an denen wir gemeinsam kämpfen können und eine linke Protestbewegung aufbauen können. Deshalb denke ich, ist es wichtig, dass die verschiedenen Antikrisen-Protestbewegungen, die es gerade gibt, sich zusammenfinden und eben gemeinsam einen linken Antikrisen-Protest aufstellen. Auch wenn man sich nicht überall einig ist, muss man denke ich, stets versuchen, an manchen Punkten übereinzukommen und dann eben gemeinsam zu kämpfen. Nur gemeinsam können wir nämlich das schaffen, aus dieser Krise rauszukommen beziehungsweise nur gemeinsam können wir es schaffen, dass die Folgen der Krise nicht auf uns abgewetzt werden. Damit bin ich für heute fertig. Wenn euch das gefallen hat, dann lasst doch einen Like da oder folgt uns, dann verpasst ihr auch nichts mehr. Wir hören uns das nächste Mal in ein paar Wochen.